Willkommen zurück zu The Division und zu einem weiteren Samstag Shopping Guide. Und wie ihr seht, ich stehe hier in Camp Hudson, denn in unserer Operationsbasis, da gab es nichts Weltbewegendes. Und da werde ich mal direkt hier zu diesem guten Mann gehen und in Sortiment schauen. Denn hier unten gibt es einen Kurzgriff, den ich euch gerne zeigen möchte. Der bietet euch 18% kritische Trefferschaden, 4,5% Nachladetempo und 2% Präzision. Ganz klar, der kritische Trefferschadenswert, der geht noch höher, aber an sich ist dieser Griff nicht schlecht, vor allem für all jene, die nichts Besseres haben. Und jetzt gehen wir gerade mal einzelt weiter, denn hier gibt es noch einen Händler, den ich euch gerne zeigen möchte. Und dann gucken wir auch hier mal direkt ins Sortiment und hier unten ist eine Elektronik-Mod. Und hier bekommt ihr 190 Elektronik und nochmal 3% Schaden gegen Elite. Der Wert Schaden gegen Elite geht von 3 bis 4%, aber 4% gibt es wirklich sehr selten. Deswegen, wenn ihr so eine Mod gebrauchen könnt, legt euch erstmal hier diese 3% zu, bis dann vielleicht irgendwann mal wieder die 4% kommen. Dann haben wir hier unten noch eine weitere Mod, und zwar eine Waffen-Mod mit 264 Schusswaffen. Das ist ein sehr guter Wert, denn der Wert kann hochgehen bis 267, das heißt da fehlen nicht viele Punkte bis zum Maximum. Und dann haben wir nochmal Lebenspunkte von 2848. Und wer sowas gebrauchen kann, der könnte auch hier in Camp Hudson vorbeikommen und sich hier entsprechend mit den Sachen eindecken. Jetzt befinden wir uns im Safehouse Madison Stand und zwar ist dieses Safehouse direkt unterhalb der Dark Zone, genau hier an dieser Stelle. Und was ich vergessen habe, ist euch vorhin zu zeigen, wo denn hier Camp Hudson ist. Und zwar Camp Hudson ist hier unten ganz links in der Ecke. Da bekommt ihr eben die Sachen, die ich euch eben gezeigt habe. Und jetzt befinden wir uns hier oben, wie gesagt, in Madison Stand. Dann schauen wir mal hier in Sortiment, scrollen ein Stückchen runter und da haben wir eine Ausdauer-Mod mit ganz hervorragend 266 Ausdauer. Und dann haben wir im hohen Attribut nochmal Lebenspunkte von 3125. Also auch wirklich eine gute Mod, wer sowas gebrauchen kann, der sollte hier bei Madison Stand vorbeikommen. Und jetzt befinde ich mich in einer Schleuse zur Dark Zone. Und zwar ist es die Schleuse hier West 31. Straße, ganz hier unten am untersten linken Eck der Dark Zone. Da sind wir zur Zeit und bei der Händlerin, da gibt es eine Leistungs-Mod. Und zwar bietet die euch 2% Impulsgeber-kritische Treffer-Chance. Das heißt, das ist was für all jene, die gerne mit dem Scan spielen und da noch ein bisschen mehr Wahrscheinlichkeit rausholen wollen, dass man dann auch kritisch trifft. Und wer so eine Mod gebrauchen kann, der sollte unbedingt hier zur Lady kommen und sich diese Mod kaufen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Shopping-Guides angekommen. Wie immer würde ich mich natürlich über ein Abo von euch freuen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben von euch freuen. Wenn ihr Fragen habt, haut es mir in die Kommentare. Und am Ende gibt es gleich nochmal 2 weitere Videos, die euch noch ein bisschen besser über The Division oder über Anthem informieren. Würde mich freuen, wenn ihr auch da mal reinschaut. Und dann bis demnächst, euer Latan. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.